Willkommen Freunde, zurück bei Assassin's Creed Chronicles Russia. Im letzten Part wurden wir von unserem Freund verraten. Oh nein. Geh in die Dunkelheit und schreit auf dich. Ovalov unterrichtet Templer von dessen Anwesenheit. Orlov wird nun gefangen gehalten und Anastasia ist allein, während die Truppen der Roten anfangen, in Kazan einzumarschieren. Gehen. 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 Niemand will die Stadt vor der Krieg. Das wird ein Räut sein. Die Gäuern suchen den Ort. Wir müssen nicht aussehen. So. These refugees will shoot me. I can hide amongst them in the crowds. Wow, you are, dude. Was war das denn? Warum, warum ist jetzt nicht einfach da drin geblieben? Hä, was ist das? Sie gibt, okay, man kann, jetzt wird es interessant, anscheinend funktioniert das nicht. Um... ... 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 Do you think they'll get anything out of that assassin, now he's been captured? I don't know. I hope we break him nice and slow. Make him suffer a bit. The station looks secure. There's been no signs of trouble today. Good. Are the tram checks all in place? Okay. How is your family? Hoping. Times are hard all around, but hopefully it will become easier soon. How about yours? This tram will take me to the edge of the Volga. I know there are no inspections. I need to find the signal box and switch the light to green. I need to find the design box. We can see the character box. I need to find the plan box. I have to find the space to check and identify the minimum. I need to find the outside box. We can get the pass. I want to find the figure. We can get the other side. We can find it keep going. We can find the other side. I need to find the default summon. We can find the level on our side that we can. und tschüss was soll ich sagen, es ist noch grün wir müssen hurry und catch the train the patrols are closing in ok das war knapp schneller, schneller, schneller w r w w w w w Das war's. Das ist ja vorne. Und tschüss. Shit. Shit. So, tschüss. Sicher ist sicher. Ach du Scheiße. Der erste ist schon gut weg. Witzig. Das geht schon mal gar nicht. Natürlich, hier fehlt ein Schlüssel. Das sind die genau davor, das können wir vergessen. Das heißt, wir müssen erstmal woanders hin. Das geht schon mal. Das geht schon mal. Wo waren sie? Sie hat nichts mehr zum Angreifen. Oh Mann, ey. Aus dem Versteck heraus kann sie einen niederstechen, aber so hat sie nichts zum Angreifen. Ernsthaft? Okay. Ich muss sie durchsuchen. Den kann ich auch noch nicht durchsuchen. Ich hoffe, der oben hat jetzt den Schlüssel, sonst weiß ich nicht weiter. Na also. Wir haben doch gerade den Schlüssel genommen. Was ist denn jetzt los? Hey, den kann ich nichts. Von dem Kerl haben wir gerade eben den Schlüssel genommen und jetzt kommt... Ey. Er ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja. Die Tür voll, ein Schlüssel von einem... Ja. Und den haben wir. Wir haben den Schlüssel. Mal gucken, ob wir drüber schwimmen können. Ja. Okay. Äh. Jetzt haben wir ein Problem. Da ist nie... Ja. Schade. Ich spöre mich nicht einfach in die Luft. Oh oh. Das ist nicht gut. Und? Da sind sie? Ich habe ihn jetzt! Magnetischen Schlüssel eingesammelt. Oh nein, sag jetzt bitte nicht, das ist ein Bug. Ach du Scheiße, und jetzt? Tja, kommen wir nicht weiter. Wir haben ja den Schlüssel. Aber... Hier kommen wir nicht rein. Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Ja. Erinnerung laden. Ah, das ist ja ganz von vorne. Okay Freunde, ich würde sagen, ich spiele nochmal bis dahin. Und da machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich sage erstmal bis dann und ciao.